Hallo, heute mal wieder ein Video von uns, im Anschluss auch zu Jamies Video. Wir haben ihn jetzt vom Kindergarten abgemeldet, das hat er schon erzählt, und möchten auch dieses Schulsystem nicht nutzen. Und da kann man schon ein paar Kritikpunkte von euch, mit Hippie und sowas alles, und da wollen wir heute mal ein bisschen Stellung zu nehmen. Das wollte ich euch mal alles erklären, wie wir das vorhaben, wie unsere Gedanken darüber sind. Ja, wie gesagt, das Video von Jamies ist ja auf seinem eigenen Gedanken entstanden hat, was er da so erzählt, ist ja das, was er wirklich erlebt. Und wir unterstützen ihn natürlich dabei, bei den Gedanken, die er so hat, dass er eben auch frei leben möchte. Und da ist das Schulsystem und das Kindergartensystem, wie wir es aktuell vorfinden in Deutschland, sicherlich nicht das, was wir für unsere Kinder uns vorstellen. Grundlage, wenn man sich so anschaut, wie Jamie schon geschrieben hat, in seinem Kindergarten, es mag andere geben, wir wollen das auch nicht verallgemeinern, aber für seine Situation halt bezogen, war es halt wirklich mehr eine Verwahrstelle als ein Kindergarten. Es gab keine freien Flächen zum Spielen, man ist nicht rausgegangen, man hat die Kinder dort nur verwaltet und man konnte nicht laut schreien, nicht springen, nicht hüpfen, nichts, gar nichts. Und das ist sicherlich für Kinder wichtig, die Bewegungsdrang ja haben, dass man da halt entsprechend auch agiert. Deshalb, Kindergarten raus, das kann er bei uns jetzt halt sicherlich alles ausleben, kann er unterwegs sein. Ich kann auch noch ein viel gereist sind, da war er immer draußen, immer rumgerannt, da gab es gar keine Beeinschränkungen mehr. Und einmal im Kindergarten, mit den ganzen Regeln und dann ein großer Raum, wo alle Kinder drinnen sitzen, das klappt für Jamie einfach auch nicht mehr. Da ist einfach so one and three auch im Kopf und auch so. Also wir sind da immer mit dem Camper aus die Gegend gereist, irgendwie mal was gegessen, was getrunken, wie es gerade so passt und so. Und diese Strukturen, die leben wir ja selber auch nicht. Und dann macht es keinen Sinn, in den Kindergarten, das irgendwie dann so in den Kindergarten zu schicken. Das passt einfach nicht zu ihm. Und wir Menschen sind eigentlich ja nicht so strukturiert. Klar sind wir so erzogen und leben halt so, weil die geschichtliche Entwicklung so ist. Aber wenn man in die Vergangenheit zurück schaut, da ist es halt nicht so. Da hat man auch gegessen, wann man Zeit hatte. Eben, ja. Und warum eigentlich immer dieses, weißt du, um 8 Uhr machen wir das, um 10 Uhr machen wir das, um 8 Uhr, das ist irgendwie so. Schwierlich. Wieso eigentlich? Weil das ist doch eigentlich doof. Man ist ja auch nicht jeden Tag gleich drauf. Irgendwie so. Ja. Und der nächste Schritt logischerweise ist dann auch keine Schule, wie Jamie schon sagt. Ist in Deutschland schwierig. Nach wie vor. Leider, ja. Mit dem System Schule ist es natürlich so, dass es genau wieder auf dem Kindergartensystem hier aufbaut. Und heutzutage, wenn man in der Wirtschaft schaut, wenn man überhaupt im sozialen Umfeld schaut, sind Zensuren und das, was man dort lernt, nicht mehr wirklich das Wichtige. Man lernt dort viel zu viele Dinge, die man im Leben nicht braucht. Die gehören zum Schulstoff. Die sind in den Schulen wichtig, aber nicht für den Menschen, für das Leben, was er dort hat. Es ist viel wichtiger, eben Dinge zu lernen, die man auch im Leben braucht, die man in der Natur erlebt, die man eben unterwegs erfährt. Und da ist ein Schulsystem heute sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Deutschland hat leider noch so einen Schulzwang. Das ist eines der wenigen Länder, dass wir wirklich einen Schulzwang haben, dass jeder, egal wie, wo, weiß, in die Schule muss, ist aus einer Zeit. Die ist nicht sehr rühmlich für Deutschland. Wenn man in die 30er Jahre zurückschaut, sind sicherlich Systeme entstanden, die wir heute meist ablehnen. Aber das Schulsystem ist geblieben. Also Schulpflicht und Schulzwang. Viele Länder in der Welt haben dort mittlerweile viel liberalere Systeme, dass man sowohl ein Schulsystem hat, freie Schulen hat, aber auch ein Homeschooling möglich ist. Und das ist das, was man sicherlich dann auch im Auge haben muss. Weil Schule, wenn man sich heute mal mit einem Manager unterhält, mit einem Personalverantwortlichen unterhält, von großen Unternehmen, die schauen nicht mehr wirklich auf die Zensuren. Die schauen mehr mal in den Text. Wenn etwas steht, wie ist derjenige, wie sozial ist er, was bringt er so für Grundtugenden mit, ob er super rechnen kann, super schreiben kann, in Physik, in Algebra oder sonst irgendwas Gutes, sondern er muss im Leben stehen halt. Ich hatte das schon mal früher in dem Video, als ich bei der DNX ja auch war, gesagt, der Alexander von Humboldt, der ja immer von allen hervorgehoben wird als einer der Größten, was die Bildungssysteme halt angeht, nicht umsonst trägt die Universität in Berlin ja auch den Namen, aber der hat sein ganzes Wissen, alles was er vermittelt, alles was er hat nur durch Reisen entsprechend. Der war nicht wirklich an Universitäten als Schüler und hat dort gelernt, sondern er war später als Mensch dann viel unterwegs, hat viel in der Welt gesehen und dementsprechend glauben wir, dass wir diesem Schulsystem oder Jamie und auch später Julie dieses Schulsystem nicht antun wollen. Ja. Und dementsprechend haben wir es schon umgestellt. Genau und wir lernen jetzt einfach schon jetzt von zu Hause und oft unterwegs am Strand, nutzen diese kleinen Bücher hier, die sind ganz toll. Ich habe ein bisschen so eine Anleitung, wie man es machen kann, Rechenaufgaben, Schreibaufgaben drin, also ja und es geht immer überall am Flughafen, auf einer Fähre, am Strand, im Flugzeug und die haben ja auch wirklich Drang nach Wissen und wollen ja auch Rechnen, Lernen, Schreiben Lernen, also Jamie, das kommt immer rum und zu und möchte auch rechnen und sogar mehr Stolz drauf, wenn er das dann kann und verstanden hat. Und auch schon schwieriger aufkommen. Ja, wirklich krass, also da im Kopf wirklich schon so, diese Mengensystem, dieses Mengen, ne? Ja, diese Mengen zu erfassen. Genau. Ist ja für die meisten schwierig. Also gerade, man sieht es immer beim Prozentrechnen, aber es ist eben für viele schwierig, eine Menge zu begreifen halt, ob es jetzt 10, 100, 1000, Millionen, Milliarden sind. Das ist ja für den menschlichen Geist schwieriger zu erfassen und das kann aber wirklich super halt, dass man gleich in diesen Schritten rechnet und im Weiß eben von 100 die Hälfte ist 50 hat so und das nicht an den Fingern abzählt, sondern ein Weißes. Das ist schon erstaunlich. Das finde ich auch. Und dementsprechend unterstützen wir das natürlich auch. Ja. Und es ist nicht so, wie dort halt geschrieben, wir wollen da Hippies erziehen von der Seite. Wir sind uns absolut der Verantwortung, die man hat, bewusst für die Kinder. Wir wollen nicht, dass sie irgendwann dastehen und gar nichts in der Hand haben, nichts wissen und durch die Gegend laufen und vielleicht Auswärtsjobs als Kinder irgendwo machen. Nein, das ist es nicht. Die Verantwortung, die haben wir durchaus im Blick. Und gerade weil wir glauben, diese Verantwortung noch besser wahrnehmen zu können. Deshalb eben auch dieses Homeschooling. Das ist also für uns wichtig, dass wir wirklich einen Blick drauf haben, dass wir da auch eine Struktur, auch wenn wir ein unstrukturiertes Leben führen, aber eine gewisse Struktur, was die Entwicklung und was die Lernsituation der Kinder angeht, das haben wir durchaus im Blick. Da braucht euch keine Angst machen. Von daher ist das ein wichtiger Part. Ja, dementsprechend auch die Frage, wie soll das in der Zukunft aussehen? Ihr wisst ja, wir wollen irgendwann ja komplett unterwegs sein. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und auch die ganzen Monate des Jahres. Hoffentlich. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass das ein wichtiger Part ist für uns zu schauen, wie wollen wir das in der Zukunft machen. Eine Möglichkeit, wie Juni schon gezeigt hat, sind ja hier diese schönen Bücher. Da hat man also schon mal einen gewissen Grundstoff. Die gibt es also logisch aufgebaut, von klein bis später, sodass man das Grundwissen, was man in der Grundschule halt heutzutage lernt, den Kindern durchaus vermitteln kann. Und da fühle ich mich und so ja auch sicherlich in der Lage, ein Grundschulwissen den Kindern zu vermitteln. Wie es später dann halt ausschaut, muss man halt sehen, wo die Entwicklung auch hingeht. Also wir sind da nicht jetzt ganz festgelegt, aber es gibt heute eben die Möglichkeit, Homeschooling-Seminare zu nutzen. Dann ist man eben für eine gewisse Zeit an einem gewissen Ort und lernt bestimmte Basics, die man vielleicht so zwischendrin nicht so lernen kann. Aus dem Bereich Physik, Chemie, wo man vielleicht auch mal ein paar Materialien, ein bisschen so Sachen braucht, Experimente oder sowas. Da ist es halt wichtig, dass man dann so eine Homeschooling-Akademie vielleicht mal besucht. Auf den Reisen durchaus ja möglich. Die gibt es ja weltweit mittlerweile auch, weil diese Community wächst ja ständig. Weil immer mehr Menschen sagen, hey, ich will, dass mein Kind was Sinnvolles lernt. Ich möchte, dass mein Kind die wichtigen Dinge im Leben lernt und nicht, dass es einfach nur so einen Schulplan lernt, der seit 30 Jahren fast der gleiche ist. Dann weiß ich, wann der dritte Punische Krieg war, wer Julius Zehler war, wer das war, wer das war, wer das war, wer das war, was ich hinterher sofort wieder vergesse. Wenn es wichtig ist für mich, werde ich Geschichtsprofessor und werde es nochmal lernen. Wenn es unwichtig ist, brauche ich es nicht. Sie brauchen es nicht, meine Festplatte damit im Gehirn zu füllen, noch arbeiten und Prüfungsstress zu haben für Dinge, die ich nie wieder in meinem Leben brauche. Das ist also wichtig. Und es ergebnis soll sein, dass, wenn Jamie und Julie alt genug sind, sie die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie ein Studium machen möchten, eine Ausbildung oder was dann für sie primär als Ziel möglich ist. In Deutschland im Moment noch schwierig mit diesem Homeschooling-System, diese Anerkennung dieser Ausbildungsstufen, aber in den USA oder Großbritannien überhaupt gar kein Problem. Man kann in den USA, in jeder Universität, auch ohne ein, wie bei uns, Grundschul oder Realschul oder Abitur halt studieren. Es gibt entsprechende Eignungstests und wenn ich die bestehe, ist es unproblematisch, dort in den Ländern halt auch ein Studium zu machen. Also von daher sind dort auch alle Wege offen und es ist nicht so, dass man jetzt, indem man Homeschooling macht, hinter sich alles abbricht und sagt, jetzt wird man irgendwann nur Hilfskräfte zur Verfügung haben. Da ist eben das Thema Reisen auch, das hast du ja schon immer mal... Ja, genau. Also Reisen im Bild kann man wirklich so sagen. Da lernst du einfach, wie man mit Menschen umgeht, wie die anderen Kulturen funktionieren und das untereinander, das Miteinander und ja. Ja, das ist super zu sehen halt. Wenn man unterwegs ist mit Jeremy, Julie, wie schnell findet man Kontakt zu anderen Menschen, zu Kindern, spielen mit denen, lernt auch von denen. Selbst auf Jelimeno, wenn man da mit so einem Zuckerbötchen unterwegs ist, die Fischer, die dort hin und her fahren, vermitteln auch immer irgendwelche wichtigen Dinge, sei es was Wellen angeht, was Korallen angeht, das Meer angeht. Lassen die Kinder nochmal selber fahren und erklären ihnen irgendwas und man kann dann richtig... Und vor allem, du siehst die Welt nicht aus Büchern, sondern du erlebst die Welt. Ja. Springst da wirklich ins Meer und siehst da diese Haie oder irgendwelche Tiere und das ist einfach das Leben. Ja, das ist ja das Schöne, das Reisen eben, die Länder, die Menschen, die Kultur und die Natur, wo das kann man alles selber sehen, selber erleben. Das muss man einfach selber auch erleben und versteht man es auch einfach nicht. Viele finden immer, das ist doch voll gefährlich, wenn die Kinder da reinzureisen. Wo ich denke so, was ist denn gefährlich? Das ist super. Ja, gefährlich ist theoretisch überall halt. Das kann man heutzutage auf der Welt nicht mehr sagen. Das ist safe. Und das Wichtige eben auch für die Bildung wieder gesehen, um den Bogen auf unser Thema zu bringen wieder, ist ja eben, man lernt natürlich auch Naturwissenschaft. Heißt ja nicht umsonst Naturwissenschaft, weil ich mir natürlich in der Natur anschaue, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie bestimmte physikalische Abläufe funktionieren, wie bestimmte chemische Reaktionen ablaufen. Das kann ich natürlich in der Natur wirklich eins zu eins sehen. Wenn ich mir vorstelle, so ein 30 Meter hoher Baum, wie kriegt der sein Wasser bis da nach oben in die Blätter? Das sind ja Fragen, die kann man anhand eines in der Natur sehenden Situationen halt viel besser erklären, als wenn ich mir das theoretisch in einem Blatt oder in einem Trickfilm halt irgendwo anschaue. Da verstehe ich es viel besser. Und Jamie ist auch wirklich sehr wissbegierig. Er fragt immer ständig, was ist das, warum ist das so, warum, 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 warum. Und er lässt da auch nicht nach, bis er wirklich eine erschöpftende Antwort bekommen hat. Da muss man manchmal auch erstmal in sich gehen und überlegen, wie war das jetzt? Oder man schlägt selber nochmal einen Mark, dank der modernen Medien heutzutage. Wenn wir irgendwas nicht wissen, frag Google. Ja, du kannst noch überfragen. Das ist cool. Insofern weiß er schon, okay, es gibt die Möglichkeit Wissen zu finden. Und das ist ja das Thema auch, wenn man als Homeschooler unterwegs ist, das Wissen der Welt ist überall präsent. Man muss es eben nur finden, abrufen und dann vermitteln. Und das glauben wir, werden wir mit Jamie und Julie ganz gut hinkriegen. Das denke ich auch auf jeden Fall. Bleibt die Frage eben auch Julie? Da haben wir jetzt erstmal, die ist noch ganz offen für alles. Also wir haben da keinen Kindergarten, auf keinen Fall. Und Schule wollen wir ja auch nicht machen. Und wie ihr schon in den Videos gesehen habt, ich erzähle sie auch zweisprachig. Also ich spreche viel Englisch mit ihr. Und das klappt auch ganz gut. Und dann ist er dann auch später, denke ich mal, für die Welt irgendwie offener. Ja, das ist schön zu sehen. Also selbst Jamie lernt jetzt wieder ein bisschen Englisch mal mit, dadurch dass Julie halt sehr zweisprachig ist. Also einfach, das war noch das erste Kind und man weiß nicht so. Vielleicht doch lieber erstmal Deutsch und danach Englisch. Aber dann irgendwie ist es dann, ja. Ne, mit Julie ist das schon toll zu sehen. Ob das Lieder sind, ob es Alphabet ist, ob es Zahlen sind. Die lernt natürlich mit Jamie mit, weil er eben so wissbegierig ist. Letzte Woche hat er einfach mal eins bis zehn auch mitgezählt. Noch nicht mal zwei Jahre alt. Ja, das war wirklich... Das ist dann cool zu sehen. Oder das englische Alphabet zu singen, das hilft ja dann auch. Diese Gesangsdinge, die man ja von Trickfilmen mal oder so kennt. Und da ist er dann halt auch wirklich schnell dabei, diese Dinge halt zu erfassen. Und das ist schön zu sehen, dass er das so mitnimmt und auch behält. Ja. Und so die ganzen Körperteile in Englisch benennen kann und machen und tun. Und das schön nimmt in beide Richtungen. Ganz eben in Deutsch und in Englisch. Da ist er besser als ich noch. Und das geht natürlich sehr viel weiter. Ja. Ja. Ich hab schon auch noch was lernen. Das Kello-Englisch ist manchmal sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja. Nee, das ist cool. Wie gesagt, das ist so diese Sichtweise von uns auf das Thema Bildungsschule. Wollten wir halt halt nochmal so ein bisschen rüberbringen halt, wie wir uns das vorstellen. Weil es vielleicht die eine oder andere Irritation gegeben hat. Und wir möchten, dass ihr auch wirklich wisst, wie wir unterwegs sind, was wir vorhaben. Wie wir... Ja. Und Fragen sind immer Fragen. Also da gehen wir dann drauf ein in einem Video oder wir antworten euch direkt. Genau. Das ist immer sinnvoll. Und dann macht es auch Spaß und wir freuen uns dann, wenn ihr auch dabei bleibt und seht, wie diese Entwicklung voranschreitet halt. Daumen. Daumen. Und ein Abo. Und dann seid ihr dabei und könnt sehen, wie Demi und Julie sich weiterentwickeln und was wir so machen. Wie es bei uns auch weitergeht. Wie es bei uns auch weitergeht. Genau. Ist ja auch spannend. Kommt demnächst wieder mehr dazu. Okay. In dem Sinn. Bis bald mal wieder. Ja, bis bald. Ciao. Auf thếch.